ja hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video ich möchte in diesem video mal ein bisschen über mich sprechen damit ihr mal wisst wer ich bin also mein name ist andreas komme aus neuss komme eigentlich aus der computerbranche bin aber dann umgeswitcht zum busfahrer komische situation war das halt gewesen aber naja wie dem auch immer sei habe ich mich halt dafür entschlossen gehabt und da habe ich auch eine bessere perspektive ja auf jeden fall wie bin ich zum fotografieren gekommen das war eigentlich eine kuriose sache ihr wisst und öfter schon gesehen habt dampfe ich und zwar habe ich vor fünf jahren angefangen zu dampfen und bin da halt ziemlich vertieft gewesen hab mich da halt ziemlich eingelesen und also was und kannte dann einige die halt videos dazu gemacht haben und deswegen habe ich mir gedacht ja machst du das auch mal habe ich mir dann halt oder besser gesagt ich hatte noch eine kamera hier irgendwo rumliegen gehabt das war ein ganz altes dinge nichts besonderes und habe aber dann angefangen mit meinem handy das erste video zu machen ja auf jeden fall hat sich das dann halt immer mehr gesteigert gesteigert und so hat mir dann sony a6000 geholt gehabt dann als zweitkamera war dann eine a6100 um halt auf 4k filmen zu können und die 6000er hatte ich dann nur noch für halt die nahaufnahmen und also was ja aber durch die regierung ist das halt alles ein bisschen gekippt worden also sprich man darf keine videos werden wirklich machen werbung und sowas darf ja sowieso nicht machen dafür dampfen tue ich zwar immer noch aber das ist halt sehr abgeflaut ja daher habe ich mir gedacht ja was machst du jetzt hast du kameras und also was gehst du mal raus fotografierst du mal ein bisschen dampf mal kurz ja das hat angefangen und zwar ende 2009 10 habe ich dann angefangen draußen mal ein bisschen zu fotografieren zwar im dezember war das sogar also kurz vor weihnachten ja und hatte da mir dann noch so ein 200 mm 210 mm objektiv geholt gehabt um halt auch vögel und sowas mal fotografieren zu können oder vor halt alles ziemlich weit weg trotzdem noch ja dann habe ich mich halt immer mehr mit fotografieren beschäftigt habe mir videos angeguckt viel gelesen auf webseiten und also was ja und dann bin ich dann halt bei olympus gelandet da ich auch gerne macros mache war das halt eine gute alternative dafür sicherlich ist vielleicht das bouquet nicht so super klasse aber wie ihr seht hinten bouquet haben wir trotzdem ja also daran scheitert es eigentlich nicht ja auf jeden fall habe ich mir dafür dann halt immer ein bisschen mehr zugelegt gehabt und das immer weiter ausgebaut und habe mir dann natürlich auch gedacht machst du da auch mal videos zu bin jetzt nicht der super profi im fotografieren bereich habe mir dann durch zufall halt auch eine dji mini 2 zulegen können und habe mir dann halt auch gesagt ich filme dann auch ein bisschen film tue ich ja so oder so mit hier tutorials mehr oder weniger in anführungszeichen ja und so bin ich dann halt zum fotografieren gekommen und ich mache das halt aus hobby also das ist mein hobby und will damit jetzt sicherlich wenn man ein paar euros damit verdienen kann bin ich natürlich nicht abgeneigt aber ich bin ganz weit weg noch um partner zu werden bei youtube also von daher spielt das eh keine rolle also falls man mir sowas unterstellen möchte ich habe einen partner gefunden oder er mich besser gesagt gefunden habe jetzt schon zwei produkte von dem bekommen das erste produkt das war nicht wirklich was deswegen gibt es da auch nichts zu zu sagen das zweite ist halt ein komplettes studio ja ich habe also noch im nebenraum habe ich da noch ein komplettes studio mit softboxen und also was aufgebaut ja das habe ich dann halt zum testen bekommen habe ich nichts für bezahlt habe das so bekommen kann das auch behalten und ich bin eigentlich wirklich recht angetan ich habe vorher schon softboxen gehabt das war nicht wirklich was aber das ist schon wesentlich besser aber darum soll es ja eigentlich nicht gehen wollte nur halt euch offenlegen was bisher so passiert ist also das ist das halt was ich also also den den ich halt als partner habe das ist die firma samtain oder so ähnlich heißt er ist eine chinesische firma ja und das ist halt so mein weg bisher und möchte den natürlich auch ein bisschen ausbauen logisch das geht nicht von heute auf morgen und ich habe auch noch nicht wirklich so das konzept konzept dafür wie ich sowas angehe also gerade hier im fotografieren bereich bin ich halt nicht so erfahren sag mal im dampfen bereich war ich jetzt auch nicht der profi oder so nach aber da hatte ich dann zumindest schon mal 300 abonnenten das war für meine verhältnisse schon recht viel ja und jetzt immer bei halt 18 abonnenten wie gesagt es ist ein hobby von mir ich werde halt hauptsächlich naturaufnahmen machen tiere vögel eichhörnchen und all sowas landschaften dann makros sind natürlich mir recht wichtig ich würde natürlich auch ganz gerne people fotografieren machen aber dafür fehlen mir halt die people und ja ansonsten natürlich mit meiner dji ein bisschen film da ja heute auch so ein kommentar bei mir unter dem video gelandet ist was ich mit dem video ausdrücken möchte ich möchte halt wollte halt dieses schloss zeigen das war halt die intention hinter dieser ganzen sache und halt die landschaft drumherum ja also ich weiß nicht was die leute sich denken was man da zeigen will wenn man fotografiert möchte man ja natürlich auch ein gewillt ein bild eine landschaft was auch immer zeigen und das ist dann halt meine intention dahinter nichts nicht nicht mehr und nicht weniger ja das sind halt so die sachen die ich mal loswerden wollte also bin 48 jahre habe ich eben noch vergessen zu sagen ich habe jetzt auch kein script oder sonst irgendwas ich rede einfach frei schnauze deswegen vielleicht auch ein bisschen holprig bin da jetzt auch nicht so sag ich mal schon eingeschweißt dass ich das jetzt halt alles so aus der hand schüttle dass man nicht aufgeregt ist oder so aufgeregt bin ich seit jeher seit ich mit videos angefangen habe bin ich eigentlich immer das genauso wie mit der dji hab da jetzt meine 30 kilometer geflogen bin trotzdem immer noch aufgeregt also das passiert halt und genauso ist das mit meinen videos ich schneide fehler nicht raus also wenn ich mich verhasple oder irgendwas falsches erzähle oder ich vertue oder sonst irgendwas ich finde fehler sind menschlich und man sollte aus meiner sicht halt alles zeigen also sprich auch wenn man fehler macht oder so sollte man sich dem eingestehen und nicht alles rausschneiden na klar schneidet man ein paar videos zurecht gerade mit der dji man fliegt halt los filmt direkt schon man will das nicht unbedingt mit dem video haben weil ich drücke nicht jedes mal wieder neu aufnahme und also was naja vergesse ich das von daher mache ich das direkt also das halt so zu mir zu meiner person und was mir noch wichtig war zu sagen damit ihr da bescheid wisst das soll es denn soweit gewesen sein ich freue mich auf das nächste video obwohl jetzt das wetter schlechter werden wird es nur noch heute aber heute hat sich das zeitlich nicht ergeben muss jetzt gleich auch wieder arbeiten also von daher macht's gut bis bald abonnieren liken teilen kommentieren ihr wisst das ja daumen rauf daumen runter bis zum nächsten mal bye bye ja 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 ja